Jojo Leute, hallo herzlich willkommen hier zur neuen Folge von take it light minecraft und angespielt mit den pfeifenköpfen. Angespielt? Ja. Ja, Fotospiel ist angespielt. Achso, okay. Ich weiß immer noch nicht aus was ich das Haus machen soll. Du weißt immer noch nicht was spielen? Das Haus, ja. Gummiblöcken, wie wär das? Gummiblöcken, das Dach. Das ist wasserabweisend. Echt jetzt? Hey, man kann Hebel an die Decke setzen? Ach scheiße, das hab ich ja verkehrt angesetzt. Ja, warum? Du kannst den Hebel überall dran setzen. Ja, aber an die Decke? Ja. Hängt als Vorschläge aus, was ich das Dach machen soll. Mabel. Materialien. Mabel ist so scheiße. Kupfer. Warum hab ich jetzt eigentlich keine Spitzhacke mehr? Na doch, weil ich hab mir ne Eisenspitzhacke mit Gold. Goldblöcken. Herr Kopf auf, auch englisch bitte? Ne, ist doch. Kupfer. Kupfer. Kupfer gibt's dich natürlich nicht. Ah, da Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ah, da geht's nicht schneller zu den Runden der Termine. Kupfer chest. Wir brauchen auch noch eine Diamantkiste. Gibt es bestimmte Blocke, 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 Blocke für dich? Oh, 1,8 Glocke. Goldhelm, will ich haben. Goldhelm, geblieben. Kupfer, Kupfer, Block. Wie viele Obsidian? Ja, gibt's da zwei Kupfer, okay, was denn das für ein Schwachsinn? Ähm, 10. Oh Gott. Ich brauch Kupferengott. Wir können aber auch so ein Riesenportal machen. Brauchen wir mehr. Du könntest dir jetzt eine Turtle bauen, mit der kannst du dann innerhalb von einer Sekunde einen Block abbauen. Haben wir Kupferengott? ich habe gerade in der kiste habe ich gerade nein du machst jetzt kein dach aus koffer es ist viel zu wertvoll nehmen wir einen cobble stone oder clean stone oder so etwas irgendetwas was wir genug haben überall rumrennen muss um die obsidian blöcke zu formen ist doch eine laberbucht oder aus was baust du so aus verpöger voll die tiefe ganz schwarze flecke es ganz schwarzen aus dem nichts aus dem nimbus ja das ist auch geil das kannst du machen das ist bestimmt gut aus ganz schwarz das dach ja warum nicht also markus dein glas liegt jetzt im ofen du kannst auch panzer glas war habt ihr das gewusst ja voll geil auch explosionssicher sein du kannst ja gut panzerklasse bei einer atomexplosion auch nicht gerade stand doch das hält stand mein kopf hält alle stand ein kopf glas da brauchst du nur so drei blöcke von diesem panzer glas hintereinander und dann kommt da nichts mehr durch sind ob sich ja nicht so aber wir brauchen ich weiß nicht stopp panzer glas ich weiß nicht aber auf jeden fall aus dem panzer blöcken ist es so der panzer blöcken ist ja was anderes ach so das ist anderes wir abgeschossen von dem skelett und meine eine hacke ist kaputt gegangen aber wisst ihr was wir müssen echt mal hier unten alles abfahren weißt du wie groß die mini hier unten ist der hier ne das ist halt dann heute machen licht ja natürlich machen die licht ist aber wenn du dich selbst kannst du sie nicht mehr abbauen die sind weg danach also setzt sich zu viele hier rum da kannst du reingehen und kriegst gleich wieder ein paar stecks davon eben wir gehen ja noch mal in den rift gut dann nehme ich halt diesen fabric of validity wie ihr wollt ja eben wie er wohl aussieht ja ich weiß nicht ob es gut aussieht du musst es jetzt beschließen ich kann es mir eigentlich vorstellen so ganz schwarz ja sowas nennt man kontrast ich kann mal vier obsidian blöcke ich hole mir ab als bier als bier wo will ich auch manchmal macht der ofen keine sounds und manchmal dreht der ofen voll ab das ist bestimmt ein bug von dir macht doch immer sound normalerweise jedes ding hat seinen eigenen sound ja am besten wenn ich dann meine red zone schaltung da rein war im dach hab ich ne gescheite da war krass unten so was wollten wir jetzt noch ein extractor jetzt hab ich die ganze zeit nur darum gesorgt dass das hier alles automatisch läuft wo du brauchst du die ganzen ords jetzt eigentlich hin heute in der kiste die uni dust vielleicht vielleicht auch sanstein das wäre auch yeah soll aber sein staffon gehen wollen jetzt hat das handstein oder am besten jetzt nueois haus suche ne ding ne 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 ein tempel den geformten oder nether quartz das ist auch geil Sven, hast du gerade was zu tun? Ja. Markus? Ja, was denn? Hast du was zu tun? Ja, ich sammle jetzt Sand. Mach mir mal ein Feuerzeug. Nee, geh in den Neter. Ich geh nirgendwo hin. Wir müssen in den... Mach halt ein Feuerzeug. Tank grad nicht. Ja, ich auch nicht. Dann hab ich eigentlich diese zwei verschiedenen Koffer irgendwie jetzt. Legt doch auf. Irgendwann müssen wir auch mal die Kisten rein sortieren. Ja, du bist doch jetzt unser Sortiermaschinenmeister. Nein, bin ich nicht. Und Markus, ich würd die Treppe zweitig machen, weil eins kotzt an. Okay. Mach mal. Am besten zur Wand hin noch. Ja, nee, ich würd jetzt ein Extrakt verbauen. Mega. Warum sitzt hier eigentlich so ne komische Leiter einfach so an nem komischen Dirtpimmel? Dirtpimmel? Oh, das ist ein Zeugüber. Deine Mauer hat nicht genützt, Futur. Nicht? Nein. I gonna attack these. Ah ja. Oh, war das knapp. Ja. Ja, scheiß Pfeile, Alter. Oh, Mann, take these out. Der war ein Schieß mit Kriefer Pfeile. Ja, da war das gesetzt. Auf Kriegsmodus und schießen mit Pfeilen. Explodieren jetzt nicht mehr nur. Jetzt wollen wir uns alle töten. Ich geh auf meine Hintergrund und sammelsamt. Oh, ich hab's gehört. Ich hab's gemacht. Hä, ich hab Eisen gefunden. Ja, unten ist alles voll mit Material, Alter. Wenn du hier nix findest. Mir ging's ja nur ums Eisen. Ähm, wo bauen wir die Dinge hin? Das Portal. Das werden wir später wahrscheinlich nicht schließen. Wahrscheinlich bei der Zentrale irgendwo. Bei der Zentrale. Dann machen wir noch eine extra Hütte und dann machen wir das mal zum Keller und dann... Ja, aber wirklich, ich will jetzt Kloster und sammeln, deswegen. Ja, aber dann bauen wir halt noch so eine extra Hütte und dann bauen wir halt noch... Dann machen wir einen Keller, also machst du eine Hütte, dann gehst du weit runter, also es tut mein Ding so ungefähr. Und dann machst du eine große Fläche und dann kannst du deine Näfe dahin bauen. Ich kann, ich hätt's jetzt da unten in die Höhle, wo man das Ding sammeln, da professorisch. Oh! So, wie soll ich, du weißt, dass das dann wieder umbauen muss. Naja, natürlich, sag ich, war. Aber, dass wir es mal irgendwo nutzen können, dass wir wenigstens Jetpacks mal bauen können. Ja, die finde ich jetzt auch schon voll nützlich. Und wir haben auch schon die Übermengen an Strom dafür. Hintermacht, wie der von Creeper. War das jetzt Ironie oder echt? Das war überhaupt keine Ironie. Ich würde niemals Ironie in meinen Mund nehmen. Du hast jetzt aber... Das Thema lassen wir jetzt. Nein, das Thema lassen wir jetzt. Ja, sag ich, lass uns melden uns. Oh, warum steht die Werkbench immer noch hier drüben? Ich nehm die jetzt mit. Hast du auch eine gebaut, frisch? Nein. Ah, hast du nur wieder große Töne gespuckt? Nein, ich hab gesagt, ich muss mal das machen. Ach so. Ah, Zombie, komm, fick dich. Du bist nicht derjenige, welcher. Ich bin schon Level 20. Wie viel 23? Denn du brauchst ja auch Ost ab. Ich hab's nur durch Monster töten. Mh... Und durchs Brennen kriegst du auch keine Punkte und so. Ne, beim Elektrikzeug nicht. Ne? Ne. Ja, doof. Wow. Zumindest meistens nicht. Keine Ahnung, ist irgendwie auch so komisch. Red Stone Engine. Brauch ich wieder zwei Rätschen. 1, 1, 2, 3, 1, 2. Sie haben Rätschen. 1, 2, 3, 2. So, jetzt baue ich Feuerzeug. Da hab ich wieder kein Red Stone da. Ey, es kann doch nicht sein jetzt. Geh weg, Futur. Da hast du Red Stone drin. Ach, das Red Stone ist praktisch. Da muss ich nicht rausrennen. Ach, das brauche ich. Das. Das ist ein Bett wie die Folge hier. Und? Ich meine, ich hab den Son weggepackt. Und ich sage dann, wir sehen uns das nächste Mal. Töne meine Folge. Danke, Leute. Minecraft. Ich wollte gerade sagen, ja, was gucken mal. Was überspielt in mir, gell, Minecraft? Ne, ich werde gerade von Skratt angegriffen. Achso. Und ich sage dann, bis denn und ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.